Kommen, ihr solltet nur das Öl wechseln. Kommen, zwei, meldet! Kommen, eins, meldet! Der Motor, solange der noch dampft, funktioniert er doch noch. Erst wenn er aufhört zu dampfen, muss er sich Sorgen machen. Dann ist nämlich irgendwas kaputt. Kommen, zwei, meldet! Und wenn der noch dampft, dann läuft der ja noch, sonst würde er ja nicht mehr dampfen, ganz klar. Gab's da nicht auch so ein Einheitmenü? Hm, ach nein, das gab's nur wieder ein... Moment. Ah! Oh, die fahren da unten lang, okay. Ach, sind es da noch mehr? Oh, ich muss zwei wegbringen, ich muss da zwei wegbringen. Nein, nicht eins, nein! Oh, ihr seid so dämliche Joden. Die Basis entdeckt. Ey, ja, da sind noch 20.000 andere Basen, ich weiß. Scheiß, Scamers schon vermehren sich, aber... Geil, da haben wir doch voll vorbeigefeuert. Das erinnert mich jetzt ein wenig an Dungeon Siege 2. Wo du mit zwei Schwere in der Hand an einem Fass vorbeischlagen kannst. Ja. Hey, Moment mal, wie sind wir das letzte Mal an den Panzersperren vorbeigekommen? Hä? Sonst ihr mich verarschen? Ihr wollt mich verarschen? Gruppe 2, meldet! Gruppe 3, meldet! Gruppe 1, meldet! Gruppe 1, meldet! Gruppe 1, meldet! Oh... Vater, halt mal naauuuf! Ssshhhhhch! Wo fahrt ihr denn hin? Ach, weil ihr euch zurückzieht, oder? Ja, also fahrt ihr direkt wieder. Achso, dann fahrt ihr direkt. Also, ich stelle fest, wenn ihr euch auf zurückzieht stellt, fahren sie direkt zum, äh, äh, Landungspunkt, Abholpunkt. Ja, dahin zurück halt, wo sie herkommen. Panzersperren. Okay, speichern wir nochmal irgendwo, da, ja, da ist gut, da ist gut, da habe ich glaube ich nicht gespeichert. Ich weiß es immer noch nicht, ich werde es mir nie merken, nein, das ganze Spiel wäre nett. Ah, Panzer. Ich vermute mal schweres Geschütz. Achso, dann, dann wird es sogar direkt aus der Einheit entfernt, da ist das geil. Oh, warum sagt mir denn das keiner? Boah, wenn ich die einfach nur total überpowered sind, was war, was zur Hölle? Bin es mir nur ein, oder sind die, vielleicht liegt es auch daran, dass die schwächsten Einheiten wieder ganz vorne stehen und die Stärken gar nicht rankommen? Also alles wie immer, im Prinzip. Rückkehr zur Landezone. Wie, ich habe gewonnen. Nix gibt's, erst muss alles ausradiert werden. Alles, habe ich gesagt. Alles. Äh, ja. Ja, doch. Jetzt mache ich sie platt, ich mache euch platt, ich mache euch. Schwere Schütze, M.K. Schütze, Flammenwerfer, Lancer. Will ich Sidebox bauen? Rückkehr zur Landezone. Ah, damit wollte er mich jetzt zu Tode nerven, richtig? Oh, werdet ihr jetzt mal so freuen, das Ding da in die Luft zu sprengen und vielleicht nicht da euch alle gegenseitig festzukeilen? Mensch. Oh, noch mehr Zeug, geil. Was wollte ich noch machen? Ich wollte noch ein paar Einheiten bauen, ne? Deswegen ist auch das Baum in die Ofen. Wäre eine Möglichkeit. Oh, da sind noch mehr Basen. Rückkehr zur Landezone. Hitt euch doch. Egal, wir haben schwere Geschütze, wir sind unbesiegbar. Und wir müssen speichern. Äh, da. War doch ganz einfach, die Mission. Man muss sich nur ein bisschen beeilen am Anfang. Was man am Anfang natürlich nicht weiß. Was sind das für Türme? Warum schießen die nicht zurück? Ach, das sind bloß Sensortürme. Tja, das passiert ja, wenn man auf Sensortürme keine Waffen baut. So, und ich brauche jetzt drei Lancer, drei neue. Und drei, drei, drei schwere Geschütze. Und nochmal drei Lancer. Und nochmal drei schwere Geschütze. Yeah. Ich bin... Total toll. Äh... Ich kann hier eigentlich schon mal alle da runterschicken, oder? Zwei schicke ich mal zur Reparatur mit dahinter. Und... Oh, soll ich... Oh Gott, ein enger Kan... Canyon. Canyon. Kang. Kang wollte ich schon sagen. Ja, Kang. Ein Kang. Hm, eine Mischung aus Gang und Canyon. Nicht ganz so groß wie ein Canyon, aber auch nicht so klein wie ein Gang. Halb Mensch, halb Hund. Nein, Moment. Wie war das? Ich bin ein... Ich bin ein... Was war der? Ein Möter, halb Mensch, halb Köder, genau. Ich bin ein Mugel, halb Mensch, halb Kugel. Äh, hä. Ja, gar so schlimm ist es dann doch, doch nicht. Warum... Ach ja, ich stehe doch da rum, weil ich euch da hingeschickt habe. Ja. Warum habe ich euch da hingeschickt? Keine Ahnung, weil es für eine gute Idee hielt. Ha, was ich für eine gute Idee halte, kann nichts werden. Oh, fuck you. Komm, schieß. Ach, das hielt ja bloß wieder das Kevin Schlaf. Ja, was? War da was? Oh, so ein Typ mit MG, ey. Wieso überleben die so lang? Was haben die für MGs oder Panzerung oder... Ich kann nichts Neues erforschen, voll scheiße. Oh, ich kann noch mehr bauen. Hä? Ah ja, lass mal, das wird die fertig werden. Was macht zwei? Zwei repariert noch. Oh. Schaden 99%. Ja, da kann der Balken nicht sein, hü. Fall da nicht zwei Stunden rum und reparier einfach mal irgendwas. Gruppe 1, meldet. Lala, Gas geben. Komm, wir haben mit ewig Zeit. Gruppe 1, meldet. Gruppe 2, meldet. Okay, hier ist es bei denen da. Wie sich gegenseitig immer alle wegschieben. Boah. Hoffentlich erhöhen die das Einheitenlimit. Tonst hätte ich noch mehr Einheiten und oh, dann würde ich ausflüllen. Gruppe 1, meldet. Hm, das muss ich erst mal alle wenige reparieren hier. Dann muss ich mal schauen, wie es mit dem Cycling ist. Obwohl, das muss, glaube ich, die letzte Mission vom Alpha Team sein. Kann ich die Einheiten ins Beta Team übernehmen? Geht das? Keine Ahnung. Gut, dass ich so viel weiß. Na komm. Hopp, komm, komm, komm. Mensch, so lange dauert es doch nicht, ein Auto zu reparieren. Dann ziehen wir wieder neue Ketten auf. Gruppe 1, meldet. Ach, der geht es eigentlich noch ganz gut. Ja, doch. Gruppe 2, meldet. Lola. Na komm. Boah, jetzt muss ich noch was erzählen, bis die ja fertig sind. Drück her zur Landezone. Mir fällt mir nichts, Schatz, ein. Ich hab gleich... ...glaten... ...glaten... ...was ist heute los? Ich kann kein Deutsch. Ich hab mein Deutsch auf der Arbeit vergessen. Na, scheiße. Jetzt weiß ich, was ich noch mitnehmen wollte. Ach, verdammt. Ah, jetzt fahr ich besser nicht mehr hier. Der Chef ist am Ende noch da. Es soll noch weiterarbeiten. Na, kenn ich doch. Ja, viel Arbeit ist mir bei unserem Chef beliebt. Wer kennt das? Wer hat noch so einen Chef? Ha, jeder, ha. Da hat unser Chef mal keiner, aber der mag's immer früher gehen, ohne zu fragen und so. Ha, der wird immer total nett und freundlich zu uns. Ha, schlägt uns einfach den Schädel ein. Mann, 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 Mann. Na ja, gleich, 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 gleich. Des noch und des noch. Haben wir's dann? Ja, das war's. Geil. Missionen. Ach, wir speichern einfach mal da. So, ho, ho. Und jetzt falle ich noch da rüber und gut ist. Lalalala. Brumm, brumm, brumm. Düse, düse, düse. Düse. Gott, wo war das wieder? Oh, ja. Oh, ja, keilt euch an den Abhang fest. Rückkehr zur Landezone. Ich versuch's ja schon. Und... Äh, und jetzt? Hallo? Äh, hallo? Noch fünf Minuten. Was soll denn der Mist jetzt? Ah, jetzt. Missionsziel erreicht. Okay. Speichern. Was haben wir denn? 69 Anfänger. Ha, 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 ha. 13 Neulinge, 13 Geübte. Vier Durchschnitt, äh. Wo ich jemals irgendwie zu wieder Ran oder Elite komme. Ich wage es zu bezweifeln. Kommander, diese Übertragung wurde vor einigen Minuten abgefangen. Sie stammt von einer Insel im Osten. Alle Gruppen beginnen mit dem Angriff auf den Feind. Er verstößt gegen die Rechte des New Paradigm. Er muss ausgelöscht werden. Darauf haben wir gewartet, Kommander. Hier ist unsere Chance, das New Paradigm zu besiegen und seine Basis zu zerstören. Diese Übertragungen stammen von hier. Wir orten feindliche Truppen an diesen Stellen. Sichern Sie die Landezone und richten Sie eine vorgelagerte Basis ein. Zerstören Sie anschließend die Basis des New Paradigm. Missionstimer aktiv. Oh, ganz toll, ganz toll. Ich dachte, das wäre irgendwie die letzte. Ich habe es verpasst. Habe ich irgendwas doppelt? Das Ende Mission 1, 2, 3, 4, 4, 5, ... Nein. Oder waren es 12 Missionen? Ah, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe 2 Stunden Zeit. Was muss ich genau machen? Ah, ich habe drauf gepasst. Ja. Hm. 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 Okay. Okay. Ah, wo sind denn meine neuen Spielzeuge? Ach, Einheitenlimit. Fick dich ins Knie. Oh, das ist wie ein Commanding Konger. Wenn man eine Fabrik baut oder... Also, ich weiß ja, im ersten Teil war das zumindest für das N64. Ich weiß gar nicht, geht das auf dem Computer auch? Man baut einfach ganz viele Einheiten. Und die fahren dann alle aus der Fabrik raus. Und stellen sie dann alle ineinander irgendwann, wenn kein Platz mehr ist. Und dann hat man so zehn Mammutbahnen, die aneinanderstehen. Das sieht total geil aus, wenn sie alle auseinanderfahren. Und dann sind so ganz viele sind. Warum presst euch da jetzt nein? So, nehmen wir gleich noch einen Zweier mit. Und... Nehmen wir zwei Zweier mit, komm. Ja, 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 ja. Stellen wir die gleich noch alle um. Sind ja nicht viel. Mach mal so. Schön. Okay, da gibt es nichts zu tun eigentlich. Nö. Äh, schick los. Ich kann aber noch mehr Verstärkung holen, oder? Was? Rot gibt Ihnen Radartaten. Kommen Sie rein, meldet. Ja, ich kann noch mehr Verstärkung holen. Gut. Moment lang habe ich mir jetzt Sorgen gemacht. Ach du Scheiße. Okay, da schicke ich mir jetzt mal alles her, was ich habe. Oder einheitenmäßig zumindest. Zum Glück habe ich ja so viel. Und Energie habe ich. Ah, uh, 15.000. Und ich habe nicht so viel, wie ich es ausgehebt kann. Ach. Oh Gott. Adlerie. Jetzt schon. Oh, ich hasse euch. Oder nee. Nee, es war, glaube ich, Mörse. Irgendetwas ist, was Entfernung auf mich schießt. Oh, komm. Ach du Scheiße.